Also, wie viel von dem... Na guck mal, da haben wir ja schon ein bisschen was. Und jetzt schaue ich mal, wie viel Munition ich daraus machen kann. Denn Munition brauche ich definitiv wieder. Ich habe nur noch 48 Schuss plus das Magazin. Dürften also 50, 60, 63 Schuss sein. Ja, und eine Munitionsfirma. Müsste ich mal bauen. Aber dazu sollte ich vielleicht erst mal die komplette Munition freischalten, also forschen, die es so gibt. Also erst mal alle möglichen Magazinarten. Und dann zum Schluss noch die Bomben, aber... Ja, die Bomben auch. Aber das wäre dann wahrscheinlich so eine extra Abteilung. Ja. 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 ok das geht ja doch relativ schnell dann müsste ich ja gleich über 1000 Schuss haben weil unten links in der Ecke hat es sich noch nicht aktualisiert doch jetzt 1600 Schuss das ist doch schön so komm jetzt gehen wir mal zurück zum zum Lager und dann gucke ich nochmal in die Forschungsgeschichte rein was ich brauche um noch ein bisschen Munition frei zu forschen vielleicht kann ich ja so eine Explosivmunition oder so schon mal erforschen ist bestimmt gleich die Speicherkarte voll so also wo ist die Forschungsgeschichte ähm bin ich gerade drüber geflogen nein es ist hier ok zeig mal her also das ist abgeschlossen was ist denn bei Carterium ist hier die Munition nein die Dinger wären aber auch sinnvoll die will ich auch bald erforschen weil ich wissen will was das bedeutet genauso wie das also mit was es bedeutet im Sinne von ähm was kann das Ding so bei Mycelium da gibt es zumindest diese Bomben hier prinzipiell auch super leicht zu erforschen dazu muss ich erstmal 10 Bomben bauen so was haben wir bei Quarz bei Quarz haben wir auch wieder Bomben und Signalsuche da geht es um Festplatten ok gut zu wissen weil es halt auch Absturzstellen bedeutet so und bei Schwefel sind wir was brauche ich hierfür dafür brauche ich 1000 Munition und vorher den Kram ok ähm rauchschwarres Pulver gut das produziere ich gerade die Dinger habe ich auch und das kriege ich relativ schnell zusammen aber das ist halt Explosionsstachel ok also so viel so viel ist das gar nicht mehr es geht jetzt hier hauptsächlich um die Turbo Munition dafür brauche ich eine Festplatte verdichtete Kohle die muss ich natürlich auch erstmal erforschen ich muss dafür Festplatten opfern das ist aber blöd da sollte ich vielleicht erstmal herausfinden für was warte mal Schwefel und Kohle das dürfte ich ja relativ schnell zusammen kriegen und wenn nicht hole ich es von der Munition aber ich brauche jetzt auch erstmal eine Festplatte ich weiß ich habe hier irgendwo eine gesehen irgendwo habe ich eine reingepackt hier sind zwei ähm was hat man mit den Festplatten nochmal gemacht man konnte da ja Alternativgeschichten alternative Baupläne raus rausfinden und wenn ich das da reinpacke dann muss ich scannen aber dann ist die doch glaube ich weg oder ja die ist dann weg kann ich das abbrechen nee okay eine habe ich jetzt verschwendet okay ähm aber ich habe bestimmt noch irgendwo eine was ist hier ja na guck mal ja habe ich vielleicht auch noch irgendwo Kohle und Schwefel rumfliegen ist das vielleicht möglich nein hier nein hier nein okay ähm dann gucke ich in diese Kisten nochmal rein ähm nein 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 was ist mit der nein okay wie viel brauche ich denn das war irgendwie 25 und 25 ne ja ja 25 und 25 dann kriege ich verdichtete Kohle und mit verdichteter Kohle kann ich dann den Turbo Treibstoff freischalten okay dann holen wir jetzt kurz Kohle und Schwefel ich meine beides bei der Munitionssache zu haben weil deswegen habe ich es ja dahin gebaut hopp und dann kann ich auch gleich noch rauchschwaches Pulver mitnehmen yes 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 weil ich glaube da ist Schwefel oder so okay also hier haben wir Kohle dankeschön so und hier ist Schwefel jetzt ist die Speicherkarte voll Sekunde so jetzt habe ich aber den Schwefel den ich brauche und ich brauche ja noch rauchschwaches Pulver für was anderes dann nehme ich hier nochmal nehme ich hier nochmal mit ich meine haben ist besser als brauchen gut und wenn ich gleich in der HyperTube bin werde ich die Speicherkarte wechseln weil ich ein ganz schlauer bin zack und ich bin So, wieso stehe ich im Grünzeug?